Servus Leute, willkommen bei mir Arnrage und heute eine spezielle Folge No Man's Sky. Und zwar spiele ich dieses Spiel immer noch sehr gerne und auch abseits von YouTuber Wing. Ich habe mir schon überlegt, ob ich eine neue Serie anfangen soll, aber was ich euch hier in dem Video zeigen will, ist mal ganz abseits davon. Dieser Planet heißt Natyok, 9 glaube ich oder 14, ich bin mir jetzt nicht sicher. Mit rauen Giften, niedrigstufig, reichlich, zahlreichlich, bla bla bla. Aber das Besondere daran ist, er ist einfach mal verdammt schwarz-weiß. Seit wann gibt es einen verdammten schwarz-weiß Planeten? Was? Wo? Seit wann? Das ist ja mal what the heck. Oh Bader, und dass die Wolken so rot ausschauen, ist einfach geil. Du hast so ein bisschen Ding, aber what the heck, seit wann gibt es, bitteschön, schwarz-weiß Planeten? Und nicht nur, dass hier ein schwarz-weiß Planet ist, nein, das wäre ja nur langweilig. Hier laufen verdammte Teddybären rum. What the heck? Was ist das? Es hat zwei Hörner und Schuppen und Fell? Wir können es ja mal zähmen, warte mal. Wir zähmen das mal. Oh mein Gott. Ich habe mich irgendwie sehr gefreut, nachdem ich gehört habe, dass No Man's Sky wieder ein Update kriegt. Weil seitdem es damals so gehatet wurde, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, mich hat es damals auch gelangweilt. Aber es hat so viel Neues gekriegt. So viel Neues. Oh mein Gott. Oh, wir reiten den Teddy. Oh mein Gott, wir reiten den Teddy. Oh, ist der süß. Oh, er ist da wegen langsam. Da ist nochmal ein Teddy. So. Oh mein Gott, wie er rennt. Oh mein Gott, wie er rennt. Oh mein Gott. Er rennt. Was ist das? Das erkennt man halt gar nicht, Leute. Man erkennt es halt gar nicht. Was ist das? Emeril. Ist das nicht grün eigentlich? Ja, ist eigentlich grün. Als ihr es seht, das ist nur noch rot alles. Es ist nicht mal so schwarz-weiß, es ist schwarz-rot. Ah ja, kann man mal machen. So, Leute. Das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Ich fand es sehr lustig und sehr aufregend. Also, gebt No Man's Sky nochmal eine Chance. Schaut es euch an. Ich finde es nice, immer wieder was Neues zu entdecken. Unglaublich. Also, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut. Servus.